Nö, der Makler meinte, das Haus ist voll mit Gerümpel von dem alten Zauberertypen. Wir müssen hier alles rausschaffen. Aber vorsichtig, einige Sachen sind zerbrechlich. Ups. Das kommt wohl in den Müll. Wer sind denn diese Typen? Die sind bestimmt nicht hier, um das Haus zu kaufen. Auch egal. So wie Daniel zurück ist, legen wir los. Okay, legen wir den Zahn zu und nicht wieder eindösen. Jeher wir fertig sind, desto eher sitzen wir in der Kneipe. Lass dir von Zoltar die Zukunft voraussagen. Wer ist denn Zoltar? Einstürzender Himmel? Was soll das denn heißen? Hey, pass verdammt nochmal auf, Mark. Was laberst du denn da? Hab überhaupt nichts gemacht. Ja, na klar, du dämlicher Hauenoxe. Ich habe einen Schraub an.